Der verfluchte Zauberlehrling Es ist schon viele, viele Jahre her, da entdeckte ein Harzer, das sein Eheweib allerlei zauberische Dinge tat. Sie sammelte Kräuter, aus denen sie Getränke und Salben herstellte, wenn er im Bergwerk zur Arbeit ging. Merkwürdige Dinge verwahrte sie in einer verschlossenen Lade. Tierknochen, Wurzeln, Steine, Eier und ähnliches wunderliches Zeug. Er stellte deshalb seine Frau zur Rede. Die versuchte sich dadurch herauszureden, dass sie als Heilkundige damit Kranken helfen würde. Er befragte sie jedoch immer wieder, und als er sie eines Tages dabei ertappte, wie sie Zaubersprüche sprach und eine Nachbarin verwünschte, da gab sie endlich zu, eine Hexe zu sein. Sie müsse auch in der kommenden Woche zum Blocksberg fliegen, um neue Kräfte zu holen, denn ihre wären im Verlauf des Jahres fast aufgebraucht. Darauf setzte er ihr so lange zu, bis sie schließlich einwilligte, ihn zu dem satanischen Treffen mitzunehmen. Er könne dort als Zauberlehrling eine erste Ausbildung erhalten. Am 30. April war es dafür die rechte Zeit. Am späten Nachmittag salbten sie sich mit der von ihr frisch zubereiteten Salbe am ganzen Körper ein. Dann nahm sie sich eine Ofengabel und er einen Besen, und gleich wurden sie ganz leicht. Wie eine Feder im Wind flogen sie durch den Schornstein zum Himmel empor und nahmen die Richtung zum Brocken. Je näher sie diesem kamen, umso mehr Hexen begegneten ihnen, die auf vielerlei Geräten und Wesen dem Brocken zuflogen. Auf einer von Bäumen umstandenen Wiese war schon viel Hexenvolk versammelt. Alle begrüßten den neuen Mann in ihrer Mitte. Sie versicherten ihm, dass er der glücklichste Mensch auf der Welt werden könne, wenn er ihrem Herrn und Meister folgen würde. In der Mitte der Wiese stand ein hoher Thron, zu dem eine lange Treppe hinaufführte. In einem wilden Reigen tanzten die Hexen drumherum, und der Reihe nach stieg einer nach dem anderen den Thron hinauf. Als er an die Reihe kam und die Treppe emporstieg, sah er erst, dass auf dem Thron ein alter Ziegenbock stand, der ihm sein stinkendes Hinterviertel zum Kuss anbot. Erschrocken und angewidert fing er an zu schreien, seinen Fürwitz zu beklagen und Gott um Hilfe anzuflehen. Als er den Namen Gottes aussprach, gab es einen gewaltigen Donnerschlag, und die Erde bebte, als würde alles in einen Abgrund versinken. Er meinte, einen schrecklichen Tod zu sterben. An einem schönen Sommermorgen erwachte er im Sonnenlicht auf einer grünen Wiese inmitten einer kleinen Ziegenherde. Die Gegend kannte er nicht. Die Ziegenhürtin sprach ein Kauderwelsch, das er nicht verstehen konnte. Sie nahm ihn aber mit in den Ort, und dort musste er erfahren, dass er im fernen Italien, statt in seinem Heimatdorf, gelandet war. Nackt und ohne Geld war er auf die Mildtätigkeit der Menschen angewiesen. Bettelnd machte er sich auf den Heimweg. Er brauchte drei Jahre, bis er sein Haus in dem Harzerort wiedererreichte. Seine Frau war noch dort und wollte ihn als Rückkehrer begrüßen. Aber er zeigte ihr schändliches Tun bei der Obrigkeit an. Nach gründlichen Verhören und einem Prozess wurde sie zum Tode verurteilt und musste durch das Fegefeuer zu ihrem teuflischen Herrn ausfliegen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020